Behrer, Siegst, Siegst, lässt wissen. Con, oder doch Stärke. Na dann, halt das. Ja, stell dir mal vor, du bist gerade beim Boss. Oh scheiße, wie viele Feuer habe ich übersehen, ey. Ach du scheiße, das wird ja lustig. Ah, da muss ich noch alle Feuer demnächst suchen gehen. Das Pferd muss ich auch noch töten, fällt mir wieder ein. Apropos, Menschlichkeit. Nicht so laut, Mensch. Kann mir ja keinen rufen. Kann man keinen rufen. Schöner Schädel. Oh. Misty 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 Hallo? Der arme Ritter ist tot, wurde erschlagen. Spiegelritter tot, vollidiot, lalalalala, Spiegelritter tot, vollidiot, lalalalala. Wie, immer noch nicht. Loll, verdammt aus der richtigen Scheiß-Internet-Scheiß-Ding, ey, ganz ehrlich, hohe Scheiße mein hier, ey. So, jetzt geht's weiter ins nächste Gebiet. Mampfen, wozu was essen? Essen kannst du, wenn du tot bist. Haben wir uns jetzt in den Dungeon, oder was? Uh, let's go. Okay. 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 GrandTaxi gibt dir folgenden Tipp, das habe ich auch früher immer gemacht. Schreibt die ganze Konsole neu, dann müsste es funktionieren. Wenn es dann nicht funktioniert, dann starte den Root einfach neu. Ja, da musst du sagen, Anbieter, du bist voll behindert. Mach es endlich mal normal. Danke. Du kannst ja bei mir mitmachen. Ach ne, geht ja gar nicht. Äh, ich bin Level, welches Level bist du gerade? Dann sind es kein Smart Level. Sind nur 100, 100, 100, 100, 100, 100. Sind nur 150. Bleib liegen und steh nicht auf. Was? Der hört einfach nicht. Das ist keine Mimik. Wo ist denn hier der Ast? Der Ast, den man immer runterschießen musste. Hier gab es doch immer einen Ast, den man runterschießen musste. Oder gibt es den nicht mehr? Ach doch, den gibt es doch. So, da finde ich einen Bogen. Ich bin nicht lebensmöde. Wieso sterben hier die Leute? Kann mir jetzt einer erklären? Mann, dieses Gedudeln ist manchmal ganz nett. Manchmal geht es einen echt auf den Sack. Weil mich doch nicht verschaut, dass da ein bisschen ist. Ich bin nicht auf den Sack. ich finde es lustig wenn man die ganze zeit drauf kloppen kann naja ich finde es auch nicht gerade es ist doch normal dass wir mal das geschnitten laguna ist schlimm einmal nach ist das schlimm also ganz ehrlich der unterschied ist gravierend deswegen die alte ist ja weg ach ne die ist hier und warum sollte wir du sieg but was ist ein king we know nothing of the world out for we will never leave here when we sing the little the little ones grant comfort this is what we would is there anything wrong perhaps this will happen this is all that we can when we sing the little one this ok mehr kann man hin gar nichts ich wünsche man könnte sie niederknüppeln auch nicht ich glaube dass ich ihn beschließe doch er merkt kommt zu mir mein kleiner ich bin ich überhaupt nicht drauf gekommen weiste oh gott wie dämlich sind die ein shock voll posten treffer fall posten treffer fall posten treffer tk troll posten treffer